Heute auch, das Bett finde ich toll. Wie schön war das bei uns? Sehr schön. Das sieht sehr schön, die Zimmer. Das heißt, da war noch kein einziger Gast drin, gell? Aha, ja. Sieht so aus. Wo ist das Zimmer? Im Weltrichtern-Welt-Zimmer mit dem Kind. Das ist ein Zimmer und das mit...